hallo heute möchte ich ein bild machen nur mit der spachtel mit den ganzen farben hier und die hier also orange und pink habe ich mir mal angerührt und zwar möchte ich die farben die haue ich alle hier auf die leinwand werde die darauf verziehen und zwar möchte ich dir alle so im bogen hier so anordnen so auch hier ja mal gucken wie es am ende aussieht soll jedenfalls schön bunt werden die leinwand die habe ich auch selber gemacht da habe ich mir einen keilrahmen im internet bestellt die leinwand bestellt und dann mit gesso und jetzt habe ich noch ein bisschen weiß drüber gemacht ja dann wollen wir mal sehen wie das wird wenn euch das bild und das video gefallen würde ich mich natürlich freuen wenn ihr mich abonniert und vor allem weiterempfehlen gut dann fange ich jetzt mal an und dann wollen wir mal sehen was wir hier fabrizieren dann fangen wir mal mit dem bild an und dann Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.